Ja, ja, ja. Na komm schon. Nicht so weiter. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Gründchen. Es ist immer mehr als Gründchen. Klar, die Macht. Die sind das für schmutzig, die hier geht weg. Es tut mir leid. Ich dachte mir. Also, warum nehme ich da noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer. Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Tja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zwar springt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Eteratums. Daran sind sie also hier. Keine Sorge. Ich wünsche euch das still. So, wie dumm. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und Begräte. Oh, gut. Mist. Was steckt denn in dem Bernstein? Ja, das ist schon. Ich liege das Terminal frei. So etwa? Besser. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tippt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Noch mehr von denen. Ich halte sie auf. Damn, Mann. Die Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Ich halte sie auf. Ich halte sie auf. Ja, sagen Sie. Das war's. Nur noch ein Terminal. Oh, nur noch ein Terminal. Komm. Und noch mehr K-Force. Wir haben vier Minuten. Dann explodiert das System. Wir haben wohl beide Glück. Das war's. 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 Das war's.